Jo Leute, ich bin's mal wieder, TGW und endlich, nach so langer Zeit, kommt erstens mal wieder ein Video auf diesem Kanal und zweitens mal wieder dieses Projekt Minecraft Cosmos. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das ist jetzt schon so lange her und zwar waren in diesem Video, ich glaub zwei Teile sind bis jetzt rausgekommen, war bis jetzt einfach nur zu sehen, wie ein bisschen gefarmt wurde, also die totalen Anfänge von diesem Projekt und seitdem habe ich nicht mehr wirklich irgendetwas aufgenommen und deshalb sind diese Bilder, die ihr jetzt zu sehen bekommt, also die Stadt in diesem jetzigen Zustand, die ist, was soll ich jetzt sagen, genau, das habt ihr so noch nicht bei uns auf diesem Kanal gesehen, weil es einfach ein Riesensprung ist. Zwischendurch habe ich nochmal fünf weitere Folgen aufgenommen, allerdings musste ich diese wegschmeißen und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich da mein Aufnahmeprogramm geupdatet hatte und deshalb wurden die neuen Einstellungen, also wurden die alten Einstellungen nicht übernommen, sondern das wurde wieder auf den Standard zurückgesetzt und deshalb war erstens das falsche Mikro ausgewählt, also das Standard Mikro von meinem Notebook, also totaler Scheißdreck war mein, also ich habe mich total scheiße angehört und die anderen wurden auch nicht aufgenommen und deshalb musste ich diese fünf Folgen leider wegschmeißen und deshalb jetzt auch nach langem mal wieder ein kleines Update Video, in dem ich euch einfach nur mal nochmal zeigen wollte, wie denn diese Stadt jetzt aussieht. Ich habe auch vor, das mal wieder was mehr zu bringen, ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem kleinen Update an. Wir befinden uns gerade auf dem höchsten Punkt der Stadt und zwar auf Taroks Turm, den werdet ihr gleich auch nochmal von außen zu sehen bekommen und wie gesagt, das ist der höchste Punkt der Stadt, da hat man in alle vier Richtungen einen wundervollen Ausblick auf die gesamten Häuser und so, hier ist jetzt nicht ganz so viel, aber ich denke mal da kommt in naher Zukunft auch noch ein bisschen was mehr und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal diesen wundervollen Turm hier runter, so und ja, wo fangen wir denn an, ich würde sagen, wir gehen einfach mal, oh scheiße, naja, macht ja nix, ich habe ja Federvall und so, naja, gehen wir hier einmal in diese Richtung, so, hier angekommen, das hier war ganz am Anfang mal ein Sumpf, ein sehr großer, allerdings wurde der abgeholzt und begradigt und jetzt soll hier das neue Hafenviertel entstehen oder sollte entstehen, bis jetzt hat sich da noch überhaupt nichts getan irgendwie. Ich denke mal, da kommt irgendwann nochmal was, deshalb jetzt auch noch nicht so spektakulär. Hier ein kleines Feld für Nahrung, was ich allerdings nicht benötige, weil ich eine automatische Hühnerfarm habe und deshalb brauche ich das halt wie gesagt nicht und außerdem ist die auch von Untondo, also nicht von mir, aber die darf natürlich auch jeder andere verwenden hier, ja, wie ihr vielleicht an diesem Namen hier schon gesehen habt, sind auch einige neue Mitspieler dazu gekommen, die ihr alle in der Beschreibung findet, wenn ihr da einmal reinschaut, also jedenfalls alle, die einen YouTube-Kanal haben, im Moment sind noch zwei andere mit auf dem Kanal und Untondo ist der Cousin vom Tarok und er ist auch ein neuer Mitspieler, unter anderem Kompasse, das heißt Komp-Kom-Kom-Kom-Kom-Ach, keine Ahnung, was ist die Mehrzahl von Kompass? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seht ihr hier einen kleinen Turm vom guten, also der ist eigentlich vom Tarok, also den hat er mal in irgendeinem Tutorial gebaut, das weiß ich noch und der Untondo hat diesen dann hier auf dem Server nachgebaut. Dann würde ich sagen, dann gehen wir einmal weiter nach da. Und das ist das kleine Haus von, okay, Last Chicken Leben, von Untondo. Und wie kommt mir das ein bisschen so vor, als ob diese zwei Häuser, die sehen doch voll identisch aus, oder? Ja, die sehen voll gleich aus. Naja, ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Ich denke, da hat er nichts dagegen, der Leber. Und schauen uns das Ganze an. Hier ein schöner Stadtplan, okay, gut zu wissen. Okay, hier ist also jemand. Und wo die anderen sind, weiß ich nicht. Ist ja eh nur noch einer dabei. Äh, einer noch auf dem Server sonst. Ich glaube, der buddelt irgendwo. Ja, hier ist ein kleines Bett. Was hat der auf der Rüstung? Schutz, vier, Atmung, drei, Haltbarkeit. Okay, ist ja schon mal nicht schlecht. Und Schutz, drei, Haltbarkeit, drei. Alter, voll gut. Ich habe gerade erst angefangen mit Verzaubern, also noch nicht so gut. Ach ja, übrigens, wenn ihr euch wundert, was ist das denn eigentlich für ein Resource Pack? Und zwar ist das eine kleine Zusammenstellung von mir. Äh, ist zwar noch nicht wirklich fertig, aber ist schon ein sehr großer Teil der Texturen vorhanden. Hier die Rüstung ist zum Beispiel noch nicht annähernd fertig. Das ist die Eisenrüstung. Da hatte ich auch erst mal mit eine Pause gemacht, weil mir die irgendwie ein bisschen zu anstrengend war. Also teilweise sind die Texturen von mir teilweise von irgendwelchen Resource Packs übernommen. Je nachdem, wie mir das halt gefallen hat. Oder ja, ich habe mir halt gedacht, wenn es doch Texturen schon gibt, die richtig geil aussehen und gut hier reinpassen, dann kann man die doch auch mal übernehmen. Und wenn das halt nicht der Fall war und ich selber gute Ideen hatte für irgendetwas, dann habe ich die halt selber gepixelt. Das Ganze ist noch in Arbeit, deshalb fehlen auch noch einige Texturen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite. In das Haus da drüben, was mir ein bisschen, für mich ein bisschen so aussieht, als wäre das identisch wie das andere. Aber ich weiß es nicht genau. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Na, es hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Aber 100% identisch ist es nicht. Und ist er hier zu Hause? Terrorneid. Ach, der ist ja eh nicht auf dem Server. So, eine verzauberte Rüstung. Oder wieso verzaubert man eine Lederrüstung? Mit Schutz vor allem. Na ja, verstehe ich nicht. Nicht jeder, wie er meint. Okay, hier ist so ein kleines Brautzimmer von ihm. Er baut nämlich recht viel, habe ich gemerkt. Holz und Technik. Okay, Technik also. Zeugs und Krimskrams. Okay, Zeugs und Krimskrams. Verstehe. Ja. Gibt es hier noch irgendwas? Hier geht es noch runter. Schauen wir doch da mal runter. Oh, hier geht es einfach raus. Okay. Da können wir gleich nochmal hingehen. Oder gibt es hier noch irgendwas? Ne, er sieht nicht in der Haus. Es ist recht klein, das Haus. Ich würde sagen, dann gehen wir tatsächlich mal hier weiter. Zu diesem Haus da. Sieht mir ziemlich nach einer Hexenhütte aus. Halt ein bisschen größer und so. Aber es sieht ein bisschen wie eine Hexenhütte aus. Und jetzt bin ich hier bei den Kühen drin. Und da war ein Creeper. Den muss ich natürlich kurz killen. Nicht, dass der irgendwas kaputt macht. Vor allem nicht, wo hier diese ganzen Hühner sind und so. Weil das hier ist eine kleine Farm. Ich glaube, die ist auch vom Terror... Wie heißt der? Terror-Sepp ist das, glaube ich. Ja, hier hört man schon. Hier sind massig... Alter. Massig Tiere. Die hier rumlatschen. Ey, ich backe. Backe, backe Kuchen. Ja, hier kommt dann wahrscheinlich, wenn man das braucht, neue Hühner raus. Ja, nein, ich bin da drin. Ach, sehr gut. So. Ja, ja, wie gesagt, eine schöne kleine Hühnerfarm. Gehen wir mal wieder hier raus. Da hat man ja gesehen. Hier ist noch eine Kuh und eine Schafsfarm. Dann... Ich glaube, das war ein kurzer Cut. Bisschen jetzt... Nein, das lohnt sich doch nicht. Okay, es gibt doch keinen Cut. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns jetzt mal... Nein, stopp. Gehen wir erst noch da rüber. Ich glaube, das habe ich mir noch gar nicht von Nahem angeguckt. Auch wenn es schon relativ lange da steht. Das Teil hier. Und zwar... Castle Jogure. Oder wie auch immer dieser Kack ausgesprochen wird. Das Ganze hat der... Tümalus gebaut. Okay, eingerichtet hat das also nicht. Oh, ein Nether-Portal. Ja, okay. Würde ich gar nicht wissen, wo das hinführt. Ja, das ist so ein bisschen asiatischer Baustil. Stil, genau. Baustil, würde ich sagen. Sieht recht nice aus, tatsächlich. Und ja, gehen wir mal weiter. Das zweite asiatisch angehauchte Haus... Ist das da. Und zwar das Haus vom Tümalus. Das ist der Klofenster-Turm. Auch wenn ich da... Ey, wo ist das Schild denn? Das fand ich nicht gut. Ich habe da nämlich Klofenster-Turm gemacht. Ja, haha, lustig. Ja, okay. Er schreibt sehr gerne Schilder. Wie man vielleicht auch schon gesehen haben mag. Ich will gar nicht wissen, was der Hebel macht. Nachher explodiert hier alles oder so. Selbstzerstörung ist da. Ja, auch nicht wirklich eingerichtet. Deshalb würde ich sagen, gehe ich gar nicht weiter hoch. Sieht auch ganz schön aus. Auch wenn es nicht wirklich vom Baustil in die Stadt passt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es stört ja nicht. Dann hier der kleine Stall vom Tarok. Da stehen ein paar Pferde drin. Der Pferdinand... Pferdinand... Ja, ja. Das ist ein gutes Wortspiel tatsächlich. Dann ein namenloses Pferd. Yuki Kase. Und noch ein namenloses Pferd. Die gute Plötze. Das waren drei. Ich glaube, drei waren das. Drei Pferde vom Tarok. Die aber alle drei gekillt hat. Durch seine Inkompetenz. Und ja, das hier ist das Pferd vom Tümmerlose. Und wenn die anderen gehören, habe ich keine Ahnung. Hier... Entschuldigung. Eine kleine Kirsche. Dann können wir auch mal reingehen. Denn die ist sogar ein bisschen eingerichtet. Hier ist der Altar. Warum da eine orangene Wolle ist, weiß ich nicht. Dann ein Kreuz aus Gold. Was man auch besteigen kann. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist das noch da vom... Also, als da gebaut wurde. Hier ein Weihwasserbecken, würde ich sagen, ist das. Und ja, hier die Bänke. Hier ist wahrscheinlich der Beichtstuhl. Dairujo ist eine neue Beichtstube. Okay, ich habe zwar keine Ahnung, wer Dairujo ist. Wahrscheinlich sind das alles Insider von irgendjemandem. Auf jeden Fall hat diese Kirche hier auch der Tarok gebaut. Und... Ja, sieht doch echt cool aus. Hier ist die Mitte, wo mal alles angefangen hat. Da steht das Nether-Portal mit ein bisschen Lava, die leider keiner wieder richtig aufgefüllt hat, nachdem der Tymalos da ein bisschen was rausgenommen hat. Ja, da hat halt alles angefangen. Die Mitte, die solltet ihr auch noch aus letztem Video von dem Micro-Kosmos-Projekt kennen sogar. Allerdings sah die da noch ein bisschen anders aus. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Haus. Das ist nämlich das gute Stück hier. Von außen sieht es nicht unbedingt so spektakulär aus. Ist halt ein bisschen... Naja, ich weiß nicht, was das für ein Baustil... Warum sage ich immer Stil? Es hört sich so scheiße an, ey. Baustil. Ja, hat sich seit langem nichts mehr getan von außen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal rein. Hier auch noch ein bisschen eingerichtet, weil... Ich bin nicht unbedingt so der Profi im Einrichten. Ja, genau, hier noch so ein kleiner Balkon. Den hat man ja von außen auch schon gesehen. Der geht einfach einmal rum. Aber... Das, wo ich mich eigentlich größtenteils aufhalte, wenn ich in diesem Haus bin, ist hier der Keller. Hier mein Mitbewohner-Einstein. Hier mein Lager. Hier geht es noch runter in eine Mine von mir. Dann hier mein Enchantment-Raum. Ein paar Öfen. Ein bisschen Deko hier. Die Rüstungen, die sind glaube ich alle sogar kaputt fast. Ja, hier. Und die Schuhe unten, die sieht man allerdings nicht, weil da noch die Texturen fehlen. Dann kommt hier der Abwasserkanal zu mir ins Haus. Einfach nur, weil ich es cool fand. Mein Braustand. Mein Braustand. Ich habe auch schon ein bisschen was gebraut. Und hier mein zweiter Mitbewohner Puffy oder Puffy oder wie auch immer. Dann geht es hier noch weiter in meine Netherboard-Farm. Habe ich auch schon lange nicht mehr abgeerntet, weil ich auch kaum noch am Brauen bin. Dann gibt es hier einen kleinen Verstecken-Knopf, den man nicht unbedingt sehen sollte. Jedenfalls, wenn man nicht hier reingehört. Eigentlich hätte ich das jetzt gar nicht... Boah, ich dachte gerade, der Wellenmänner in meinem Geheimgang, ey. Ja, das habe ich eigentlich einfach nur eingebaut, weil ich ein bisschen was mit Redstone machen wollte. Ähm, wo diese Tür hinten führt, das... Wer hat hier einen Block geklaut? Boah, regt mich das auf. Überall werden hier Blöcke und so ein Scheiß geklaut. Ey, das regt mich voll auf. Ja, muss ich dann nochmal ausbessern. Da werdet ihr dann bald auch noch die andere Seite sehen von diesem Gang hier. Der muss eigentlich auf sein, oder? Muss der auf sein? Ja, der muss auf sein. Ähm, ja, das ist hier halt so ein kleiner Geheimgang, den ich halt nur gemacht habe, weil ich was mit Redstone machen wollte. Ähm, hier ist meine Hühnchen-Farm, wo jetzt allerdings nichts drin ist. Mit der habe ich sogar schon mal den Server zum Absturz gebracht. Weil ich die aus Versehen vergessen habe, anzumachen. Äh, auszumachen. Und dann konnte einfach keiner mehr auf den Server. Cool, oder? Ja, hier ist eine kleine Monsterfalle, die allerdings nicht wirklich funktioniert, weil da kaum was spawnt. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss die, glaube ich, mal noch weiter ausbauen. Ich gehe das einfach mal da hoch, auch wenn da nicht unbedingt irgendwas Spektakuläres zu sehen ist. Ähm, ja, hier ist halt die Küste mit Zeugs, was ich benutzt habe. Da sind die einzelnen Ebenen mit Monstern, die dann hier runterfallen und dann da drüben runterfallen und dann da unten sind mit einem halben Herz. Und ja, das war es auch schon mit meinem Haus. Hier der Aufzug. Und zwar ist das ein Loren-Aufzug. Der ist meiner Meinung nach ganz praktisch. Und deshalb habe ich den auch bei mir eingebaut. Gehen wir mal wieder hier raus. Direkt meinem Haus gegenüber steht das Haus vom Tarok. Auch sehr gut gelungen, wie ich finde. Das war auch mit eins der ersten Häuser auf diesem Server. Genau wie meins. Zusammen mit dem da vom Tümalus. Und dann hier war das Anfangshaus vom Dom. Ich weiß gar nicht, ob das schon zu sehen war in dem zweiten Video. Das weiß ich gar nicht. Aber müsste eigentlich. Das ist... Pfff, Entschuldigung. Das wurde aber inzwischen abgebrannt, weil es nicht besonders gut aussah und da jetzt was Neues hingekommen ist. Wie man es schon schön sehen kann. Gehen wir mal zum Tarok rein. So, hier eine kleine Ecke mit Öfen und so ein Zeugs. Hier ein bisschen Verzauberung. Und verzauberte Bücher. Hier hat er ein bisschen mit Bannern rumprobiert. Die hat er ja auch in seinem Haus benutzt. Und ein Hebel, der nichts macht. Okay. Dann geht es hier noch hoch. Hier ist ein kleiner Plattenspieler mit einigen CDs. Und sein Bett. Und hier ist normalerweise seine Dierrüstung drin, wenn die nicht mehr ganz ganz ist. Hier ist noch sein Dachboden. Mit einem Huhn drin. Im Kessel. Also ich weiß nicht, wie das da hinkommt. Ich habe da auch nichts mit zu tun. Nein. Oh, guck mal. Da ist sogar eins. Schon drin. Ja, hier braut er halt ein bisschen. Auf seinem Dachboden hat er halt seine Brauecke eingerichtet. Aus seinem Fenster zurück. Beziehungsweise aus der Tür raus. Wenn man die Tür benutzt. Und nicht so wie ich aus dem Fenster springt. Gehen wir mal zu seinem Nachbarn. Und zwar ist das das Rathaus. Mit einem. Was ist das? Samenspenden. Samenspenden. Das hört sich dezent falsch an. Samenspenden für neue Scheune. Ja, ja. Ja, ja. Hier ist halt so ein kleiner Enchantment Table. Der ist auch schon von Anfang an da. Mit einem kleinen Springboden. Und dem Rathaus. Und dem Rathaus. Hier ist das schwarze Brett. Okay, da ist nichts dran. In dieser Kiste hier. Das ist das angefangene Rathaus, muss man eigentlich sagen. Das wurde eigentlich noch nicht fertiggestellt. Ich weiß nicht, ob sich da noch was tut. Da hatte sich der Tarok dran gesetzt. Aber er hatte da irgendwie, ich glaube, keinen Bock mehr drauf irgendwann. Hier ist das öffentliche Lager. Oder, ja, das öffentliche Lager halt. Kann sich halt jeder was rausnehmen und jeder was reintun, wenn das sozial ist. Ja, das war das Rathaus. Hier hatten wir eigentlich schon von Anfang an vor Villager reinzutun. Das hat aber bis jetzt noch nicht geklappt. Dann direkt davon gegenüber hat der Dobin auch endlich mal wieder angefangen ein Haus zu bauen. Er hat nämlich lange Zeit nicht hier auf diesem Server gespielt. Ich weiß nicht, er hat irgendwie keine Zeit oder so. Auf jeden Fall hat er jetzt auch mal wieder angefangen, sich ein Haus zu bauen. Hier sieht man auch nochmal MC Dobin. Hier ein bisschen Küsten. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Hier kommt man auf sein Dach drauf. Wo geht's hier runter? Ach ja, nee. Ja, hier, seine Treppe regt mich total auf. Weil hier ist direkt mein Keller hinten. Und da macht irgendjemand dauernd hier diese Steine weg. Und stört mich damit. Weil ich kein Loch in meinem Keller haben will. Ja, das war MC Dobins Haus. Direkt daneben nochmal ein kleines Haus vom Tarok. Das hat er gebaut. Vor kurzem, irgendwann. Ja, sieht ganz nice aus. Dann ist hier Toroburst Bäckerei. Mit Hühnern drin. Warum sind da Hühner oben drin? Hier wird irgendwie oft mit Hühnern getrollt. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ist eigentlich einfach nur total ätzend. Oh, Schafe. Alter, sind das viele. Okay. Und dann geht's hier noch runter. Alter, was ist los mit dem? Guckt mal, wie viele Schafe da sind. Okay. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Wofür der kann hin? Ach, weiß ich nicht. Habe ich auch keine Lust jetzt zu gucken. Wo geht's hier raus? Ach nein, ich wollte ja nochmal nach oben gucken. Okay, da sind die Hühner. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum da Hühner sind. Weil er da seine Hühnerfarm hat. Ja, hier geht's wieder raus. Sehr schön. Hier nochmal ein kleines Haus vom Tarok. Er hat also hier wirklich echt sehr viel gebaut. Ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig. Ich glaube, das Dach fehlt noch. Aber es sieht doch schon mal ganz schön aus, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der ersten Folge. Denn ich werde das Ganze ein bisschen cutten müssen in zwei Teile. Beziehungsweise splitten müssen in zwei Teile. Weil das sonst echt viel zu viel ist. Weil es hier viel zu viele Häuser gibt und alles. Neue. Also neue Häuser und so viel zu viele. Und das passt alles gar nicht in eine Folge. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr den Rest noch sehen wollt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Die Folge danach werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen was bauen. Oder so. Und euch dabei mal ein bisschen was erzählen. Warum jetzt so lange eine Pause war und so. Denn das kann ich ja jetzt nicht hier auch noch gleichzeitig machen. Auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, schaltet beim übernächsten Mal wieder ein. Und dann würde ich einfach jetzt schon mal sagen, wir sehen uns dann. Bei der zweiten Folge, Leute. Tschüss.